hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge the evil within 2 mein name ist michael und jo wir haben in der letzten folge die upturning quest nebenquest abgeschlossen jetzt müssen wir ja erstmal richtung dorthin in der richtung aber erstmal wenn wir diese diese ja pistolentasche dort sich hin bewegen und auch man dorthin und ja erstmal diese signale ab ja dorthin wollen wir auf jeden fall teile fürs positionsgewehr da fehlt uns ja noch ein teil ja machen wir das mal und legen mal los und gehen jetzt mal in diese richtung 180 meter so ein kleines stück immer schön vorsichtig gefahren lauern hier überall die kriechen sogar aus irgendwelchen löchern raus diese viecher ähm ja was ist das da das wollen wir auch haben vorne ist noch eine pflanze das ist hier 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 was haben wir hier schönes so nicht damit das auch alle schön einsammeln hier so Vielen Dank. Was soll das? Wie Kugeln schluckt die? Ich schluckt aber ordentlich. Wie Kugeln schluckt die? 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 come on oh ah 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 okay Oh. Oh. Okay. Okay. Ja. Nägel. Ja. 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 Hm. Das haben wir eingesammelt jetzt. Hm. Hm. Sure. Oh. Hm. Hm. Ja. Hm. Ja. 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 Hier haben wir einen Scheidern. ... ... ... ... Oh Oh, okay. Müll rumkramen und gucken, was man dann mitnehmen kann. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Türen verriegelt, Fenster gesichert, Strom ausgeschaltet. Hier kommt nichts rein. Nicht mal du, hey! Such dir einen anderen Unterschlupf! Hier ist alles dicht! Kapieren? Scheiße, das ist so krank. Dafür habe ich mich nicht gemeldet. Schon im Ordnung, alles wird gut. Alles wird gut. Ich muss nur abwachen. Was war das, dein Geräusch? Oh, nein. Was ist das denn? Wie, wie jetzt habt ihr reingekommen? Was der Hölle ist? Nein! Ja, das ist wieder so ein... Ist anscheinend mit einem Passwort gesichert. Mit einem Passwort... Das ist das, was der Hölle ist, was der Hölle ist, was der Hölle ist, was der Hölle ist. Das ist das, was der Hölle ist, was der Hölle ist. My Spiegel bild ich jetzt nicht. Das habe ich noch nicht genug... Sachen. Aber hier speichern können wir. dann können wir weiter und zwar würde ich jetzt gern dorthin was rennt denn da so was ist das denn? es gibt auch 1500 grünes gel war nicht schlecht so 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 jetzt also hier 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 tisch um teils ist beziehungsgewehr ja genau mit den teilen müsste ich das gewehr reparieren können ja gucken wir mal hmm Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Genau, deswegen wollte ich diese Waffe haben. Zwei Schuss und ein Ding ist platt. All right. Was ist das? 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 Was? Was ist das? 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 das ist ganz schön ja ich muss hier ordentlich Waffenteile sammeln ja 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 Gott sei Dank naja Gott sei Dank Lidi komm zu Papi Fußspuren von wem stammen die Mann ey hoffentlich nicht der Fotograf oder so hm oh sie hat sich hier wohl versteckt sie muss in dem Lagerhaus sein kluges Männchen da gibt es bestimmt viele gute Verstecke ja wahrscheinlich hier haben wir ja schon mal angefangen gehabt die Sachen zu erledigen und wir müssen da noch rein weil wir haben das glaube ich ja alle schon gemacht ja 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 genau ja Leute hier ist jetzt gleich Schluss ja die automatisch gespeichert ich hoffe es hat euch gefallen ja wenn ja dann lasst doch kommentiert und äh lasst doch gerne einen Daumen hoch da und das auch gerne kosten lassen kostenlosen Abo dort wenn ihr es möchtet wäre super super toll ähm schaut doch mal auf Twitch vorbei xxmichaelboxx auch dort bin ich fast jeden Tag live mit Fortnite schaut mal vorbei ich spiele sehr häufig mit Food-Zuschauern ähm heute zum Beispiel heute Nachmittag so zwischen 15 und 16 Uhr kotcht mich gerne an wir spielen ich spiele gerne mit euch mal zusammen kein Problem und ja ich freue mich auf euren Besuch und ähm damit wünsche ich euch einen schönen Tag bis zum nächsten Mal euer Michael ja